Elektrosteiner in Schöpfen, Ihr Ansprechpartner für sämtliche Elektroinstallationen und Haushaltsapparate. In unserem Ladenlokal finden Sie neben Ersatzteilen für den täglichen Bedarf modernste Elektrogeräte und hilfreiche Kleingeräte. Persönliche Beratung und Fachkompetenz sind unsere starken. Die Planung für eine Elektroinstallation findet bei uns in Zusammenarbeit mit dem Bauherrn oder dem Architekten statt. Sie wird mittels CAD erarbeitet und in den bestehenden Bauplan eingefügt. Die Umsetzung einer geplanten Installation wird in Zusammenarbeit mit der Bauleitung oder direkt mit dem Kunden durchgeführt. Durch die stetige Weiterbildung unserer Mitarbeiter sind wir auch ein qualifizierter Partner für Spezialanlagen wie Multimedia. Reparaturen erledigen wir innerhalb von kürzester Zeit. Ein umfangreiches Lager ermöglicht uns speditives Arbeiten und ist Grundvoraussetzung für unseren 24-Stunden-Pickeldienst. Nach der Fertigstellung einer Installation sind wir weiterhin für Sie da. Für Servicearbeiten können Sie uns jederzeit anrufen. Flexibel, schnell, zuverlässig und kompetent. Elektrosteiner in Schöpfen. Strom ist unser Alltag und unsere Leidenschaft.